Moin Leute was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich glaube das aktuell interessanteste Thema und das was auch die meisten irgendwie jetzt beschäftigt nach dem ersten beta wochenende modern warfare natürlich die fragestellung was halten youtuber von dem game was halten normale gamer von dem game da gibt es ganz ganz verschiedene meinungen aber etwas was jetzt die letzten zwei tage extrem hoch gekommen ist und wo ich mir nur den kopf fassen kann und ich werde euch heute genau erklären warum das so ist ist das thema skill based matchmaking viele werden sich jetzt sagen ja ja kenne ich ich glaube manche wissen gar nicht was es ist ich werde euch einmal ganz kurz erklären dann werde ich euch sagen warum wir auf dieses thema kommen und warum so viel aussagen von vielen youtuber da völlig falsch sind skill based matchmaking ist ein thema was schon seit jahren bei cod läuft und im prinzip sagt es nur eins es gibt ein algorithmus der nicht von infinity ward und nicht von treyark und nicht von sledgehammer games sondern von cyberware das sind die programmierer hinter diesen algorithmen für solche matchmaking systeme die machen einen filter mit verschiedenen algorithmus typen und allgemeinen faktoren klingt erstmal kompliziert ist aber einfach die machen verschiedene einstellungen suchen verschiedene parameter damit man in einer cod lobby oder einer fps also first person shooter lobby ob das jetzt battlefield ist cod ist erstmal unwichtig mit leuten zusammen eine lobby kommt die das ähnliche oder gleiche skill level haben der hintergrund davon ist dass sehr gute spieler natürlich nur gegen gute spieler spielen sollen und sehr schlechte spieler oder anfänger nicht von sehr guten spielern fertig gemacht werden sollen sondern auch nur gegen andere schlechte spieler spielen sollen das ist so die grundidee weshalb das seit jahren bei cod immer wieder so ein thema ist gibt es das jetzt ist es aktiv ist es nicht aktiv wie gilt es viele haben immer gedacht skill based matchmaking bedeutet wenn ich eine 3er kd habe spiele ich nur die andere leute die eine 3er kd haben das ist unfug das ist kompletter schwachsinn und wieder halbwissen skill based matchmaking basiert auf viel mehr faktoren als einer hohen kd es geht um punkte pro minute und präzision oben sieht niederlagen verhältnis um die kd insgesamt es gibt ganz ganz viele faktoren diesen algorithmus berechnen und jeder spieler bekommt dann von diesem system das ist alles automatisiert das kriegte gar nicht mit eine kennung ich bekomme zum beispiel die kennung 1 weil ich in allem schlecht bin und du bekommst die kennung 2 weil du in drei sachen gut bist und in zwei sachen schlecht bist die wahrscheinlichkeit dass wir in eine lobby kommen ist relativ hoch weil wir nicht gute spieler sind wenn jetzt aber scumpy die kennung 5 bekommt weil alle faktoren zusammengerechnet ergeben dass er ein sehr guter spieler ist dann ist es so dass der er in lobbies kommt mit anderen leuten die die gleiche kennung haben wie er das bedeutet dann man hat so ein richtiges sweatfest also ein pro gegen andere pros sowas gehört einfach in der ranked playlist sprich in der playlist wo man sagen kann ich will wie in der liga um meinen rang spielen ich will gegen andere gute spielen cod ist schon immer ein spiel gewesen wo es um großteile darum ging dass man einfach spaß hat indem man sich schnell bewegt viele kills macht viel action ist das ist einer der größten unterschiede zu battlefield battlefield hat immer den ansatz gewählt dass sie realistisch sein wollen realistisch ist immer so eine sache für sich weil auch viele die jetzt in meinem letzten video kommentiert haben ja ich sehe ja cod ist sehr realistisch geworden 99 prozent von den kommentaren haben noch nie eine scharfe waffe in der hand gehabt oder waren bei der bundeswehr sind zum teil noch nicht mal alt genug und erzählen trotzdem anderen leuten wie mir ich bin 28 jahre alt was es bedeutet realistisch zu sein in dem fall gibt es das nicht das heißt ja aber nicht automatisch dass die leute dieses thema skill based matchmaking deswegen jetzt irgendwie falsch angehen das problem ist jetzt bei mantel hd gesehen und noch zwei anderen youtuber der ursprüngliche youtuber so heißt er hat ein video darüber gemacht dass er im prinzip fünf runden gespielt hat die ersten drei hat er mit absicht in die luft geschossen keine kills gemacht also damit er dann zb so eine runde mit 1 zu 30 beendet in modern warfare um dann zu gucken ob er in der vierten und fünften runde bessere lobbies bekommt und er behauptet ganz felsenfest ja ist so nach der vierten runde hatte ich eine bessere lobby und nach der fünften runde bin ich 33 zu 1 gegangen und alle gegner waren afk die level waren schlechter und und jeder greift auf dieses video auf und sagt ja skill based matchmaking ist da ich habe es auch in der beta gespürt es war schwitzer gegen schwitzer gegen schwitzer gegen schwitzer und es macht gar keinen sinn dass dieses matchmaking in der beta drinne war der einzige und das hat er auch jetzt bei drifter bei twitter selbst bestätigt er war mit seinem schluss einfach zu schnell das passiert ist nicht schlimm er hat es ja bestätigt aber die leute springen komplett darauf an und das ist falsch und ich habe das heute gesehen und habe nicht verstanden warum das keiner klar stellt skill based matchmaking macht in einer beta nur begrenzt sinn zum einen kann man natürlich dafür argumentieren und sagen hey ist doch eine gute idee botspieler sind in dieser lobby und spielen gegen andere botspieler das ist nicht negativ gemeint aber schlechtere spieler getreu dem motto wenn ich als schlechter spieler diese open beta spiele und gegen andere schlechte spiel und dadurch etwas besser werde sag ich mir hey das macht spaß ich kaufe mir die vollversion später während gute spieler kein problem damit haben auch ein paar runden gegen andere gute spieler zu spielen aus dem einfachen grund dass sie wissen ich bin sowieso einer der besseren nicht einer der besten aber einer der besseren damit würden sich aber ins eigene fleisch schneiden und was auch ganz wichtig ist es gibt ja eine zweite variante wie matchmaking also team gegen team funktioniert und zwar das was sich eigentlich alle immer wünschen sollten nach verbindung da guckt der server automatisch aus welchen regionen mit welchen ping ping ist die reaktionszeit von eurem signal zu dem cod server zurück zu euch das ist dann in millisekunden zwischen 0 und ich würde sagen 15 ist hervorragend alles darunter ist gut und dann geht es eben abgestuft das beste was es eigentlich geben sollte ist ein matchmaking basierter filter der nur darauf aus ist zu gucken welche verbindung passen zueinander das würde ich mir absolut immer wünschen und in der modern warfare beta hat man das zum großteil gemerkt es war auch so viele amerikaner hatten hervorragende lobbies viele europäer hatten zwischendurch ein bisschen verbindungsprobleme insgesamt lief die beta aber relativ flüssig muss man ganz ehrlich sagen dafür dass die server immer wieder einen stresstest bekommen man immer nicht weiß wie viele spieler kommen dazu es war eine open beta kein ps plus benötigt viele spieler die sonst nicht dabei sind sind auf den servern gewesen man hätte wäre es skill based matchmaking gewesen definitiv gemerkt dass die verbindung deutlich schlechter gewesen wären und dieser saw der dieses video gemacht hat über das thema und er behauptet ja skill based matchmaking ist 100 prozent bestätigt es gibt nicht einen einzigen beweis dazu nicht einen einzigen viele leute denken immer noch an die cod zeit von cod goes black ops 2 mw2 mw3 diese zeit wo man lobbies einfach komplett zerstören konnte bei black ops 4 ging das so ein bisschen in den anderen cods eigentlich nicht mehr und die leute sagen immer deswegen ist es skill based matchmaking ich war vor fünf jahren richtig gut ich kann das jetzt nicht mehr das funktioniert aber nicht und die meisten denken nicht daran woran es liegt cod man kann mit cod wie mit fortnite mittlerweile extrem viel geld verdienen wenn man in diese riege vorstößt wo es um richtig preisgelder geht das ist der grund warum viele spieler viel viel competitive mäßiger spielen auch in ganz normalen public runden es geht um geld bei dem ganzen es geht nicht darum dass ich 100 euro verdienen wenn ich in der herrschaftsrunde 100 kills mache aber wenn ich mich stetig verbessern auch als 12 13 14 jähriger und ich weiß es gibt die chance dass ich irgendwo von einem scout gefunden werde dass ich irgendwie einem cwl team reinrutsche und geld verdienen da ist der charakter dieses spiel zu spielen ein ganz anderer als wenn man ein bisschen autorennspiel spielt und einfach nur spaß dabei haben will die spieler sind auch mit den jahren einfach viel viel besser geworden es gibt bessere ausrüstung jeder kann sich ein scuff mittlerweile irgendwo holen jeder kann sich ein 150 euro headset von den eltern zusammenschnurren jeder hat eine bessere internetleitung als vorher die die skill gap die es früher gab zwischen sehr sehr gut und sehr sehr schlecht ist nicht weil die spieler viel besser geworden sind aber weil sie mit besserer ausrüstung arbeiten mit besseren headsets kontrollern mäusen tastaturen monitoren alles ist die skill gap einfach kleiner geworden man kann sich mit viel geld definitiv einen vorteil verschaffen gegenüber jemandem der die gleichen skill sets hat also die gleiche reaktionsfähigkeit vorahnung vom spiel und 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 der einfach weniger geld hat das ist ein problem was heißt ein problem jeder wie es möchte wenn man genug geld hat kann man sich die sachen kaufen und wenn die eltern bock haben ein astro a50 zu springen lassen oder springen zu lassen für 250 euro ist das auch in ordnung das müssen die leute selber wissen aber das ist einer der gründe warum sowohl in der alpha als auch in der beta als auch in der vollversion die lobbies einfach etwas anstrengender sind zu spielen es gibt nicht mehr dieses ich spiele jede runde 150 kills und baller alle weg und ich habe ja in meinem letzten video gesagt ich bin nicht begeistert von dem spiel es gefällt mir absolut aktuell nicht weil die lobbies auch sehr anstrengend waren es hat nichts damit zu tun dass ich von black ops 4 zum modern warfare plötzlich ein schlechterer spieler geworden bin sondern die map versionen die wir bisher bekommen haben in modern warfare sind knallhart darauf ausgelegt dass auch anfänger spieler eine erfolgschance haben auf kills und dadurch länger bei der stange bleiben dazu gibt es diesen kurzen clip den jetzt gleich sehen werdet says black ops 4 was pretty much you destroying another team or being destroyed by another team is the balanced matchmaking a priority for modern warfare yeah for sure i mean one of the things we we really want to do with this game is we want to we want to get new players in the game and we want them to kind of like we don't want them to just get punched punched in the mouth over and over again until they leave we want to help the ecosystem we want a lot of players in and having fun and that's a that's a big focus for us it's a big focus for us in weapon design it's a big focus for us in level design our weapons are a bit more lethal than they were in the black ops the recent black ops and that helps a lower skill player get a kill when they otherwise wouldn't have some success and then feel like now there's a desire to get better and to get another kill our maps are a little bit more porous and you know we want those players to have a safe place to take their time to learn how to turn and move and then shoot and put those pieces together and then they see someone and be like oh okay now i can do this so yeah it's a big it's a big focus for us was ihr hier im prinzip jetzt gehört habt ist nichts anderes als ein interview von game informer zusammen mit infinity ward wo auch das thema skill based matchmaking aufkam und die leute bei infinity ward gesagt haben ja nee skill based matchmaking so nicht aber wir wollen es ein bisschen anders als im black ops machen im black ops 4 war es leider so wenn du ein schlechter spieler warst hast du natürlich mit spezialisten eine chance gehabt irgendwie noch ein bisschen was zu reißen aber insgesamt bist du komplett zerstört worden jetzt wollen sie es so machen dass jeder auch auf aufgrund des map designs eine möglichkeit bekommen kill zu machen das ist erstmal legitim es fördert aber leider auch mit den änderungen der minimap einfach das campen und weniger bewegt und wenn leute sagen jede beta war bisher vercampt ist das auch eine völlig falsche aussage ich habe die letzten sieben jahre cod jede einzelne beta gespielt wenn es eine beta gab nicht jedes cod hatte ja eine und keins war bisher so vercampt wie modern warfare und es liegt zum teil an der community jeder ist der auffassung er will unbedingt eine nuke reißen und er muss eine eine hohe killstreak erreichen anstatt ein bisschen mehr spaß zu haben und es liegt auch eben an dem map design das ist aber noch mal ein bisschen zur seite geschoben das ist ein anderes thema also um zusammenzufassen skill based matchmaking ist in cod in modern warfare zum jetzigen zeitpunkt zu 99,9 prozent nicht drin es gibt nicht einen einzigen beweis dafür der das irgendwie darstellen würde dass es tatsächlich so ist im gegensatz dazu ich habe es ja auch aufgeführt gibt es viele gründe warum man sagen kann nein skill based matchmaking ist nicht dabei und der größte grund für mich ist definitiv dass die verbindung zwischen den spielern deutlich wirklich deutlich schlechter wäre denn bei skill based matchmaking habt ihr nun mal den filter der auf punkte pro minute präzision kd und alles drauf ist bei der anderen version wie matches gefunden werden geht es nur um die verbindung von spieler zu spieler und genau das ist auch das was wir eigentlich alle haben wollen das bedeutet klar als schlechter spieler kriegt ihr auch mal auf die schnauze das habe ich aber früher auch als ich anfing und jeder andere auch auch ein scampi hat in seinen ersten drei runden wahrscheinlich die schnauze bekommen besser werden mehr spielen tipps tricks überlegen einfach ein bisschen mehr bewegen die maps kennenlernen in jedem cod hat das bisher auch dem schlechtesten spieler geholfen und wird im neuen cod auch 100 prozent zu sein ich hoffe ich konnte so ein bisschen licht in das dunkle bringen würde mich freuen mir ein like da lasst lasst gerne ein abo da ich bin raus leute haut rein